Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wissensschätze, euer Format aus dem Osiris Verlag. Wir haben es mal wieder hierher geschafft und wir haben wieder spannende Themen für euch. Und beginnen tun wir unsere heutige Sendereihe mit Sandra Weber. Der eine oder andere wird sie schon kennen, auch aus unserem Format von Blaupause TV. Wir haben schon einige Interviews mit ihr gemacht und es geht genau um dieses Buch. Entwickel dich. Ein ziemlich wichtiges Thema, wenn ihr mich fragt, denn wir sind alle sehr verstrickt in die heutigen Zeiten, in Indoktrinationen. All diese Themen haben wir ja schon oft genug auch mit euch besprochen. Und warum das aber gut ist, aus meiner Perspektive zumindest, ist, weil hier ist ein wunderbarer Schlüssel gegeben, da rauszukommen aus diesen Entwicklungen oder Verwicklungen in dem Fall. Grüße dich erstmal, Oliver. Hallo Patrick, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, es wurde mal Zeit wieder. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber der Sommer ist immer kurz. Genau. Viel Urlaub. Aber so haben wir es ja wieder geschafft. Genau. Jetzt geht es wieder weiter bei uns. Vierte Auflage von dem Buch. Also es scheint ja auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema zu sein. Gib uns doch wie immer deine ersten Gedanken dazu. Genau. Also wie gesagt, es ist tatsächlich die vierte Auflage. Die ersten beiden Auflagen waren beim anderen Verlag. Und seit einiger Zeit ist es beim Osiris Verlag jetzt. Das ist schon die zweite Auflage bei uns. Und wird sehr gut angenommen, weil es auch ein sehr interessantes Thema ist. Vielleicht, damit man ein bisschen mehr weiß über den Inhalt, lese ich mal kurz den Klappentext vor. Bewusstsein ist unsere Natur. Wir Menschen sind schöpferische Wesen. Teki gibt dir alltagstaugliche Werkzeuge zur Hand, dein wahres Selbst zu entwickeln und deine Schöpferkraft wieder ganz zu befreien. Es beinhaltet alles, was du für holistisches Wirken benötigst. Blockaden, die das Erleben von Liebe, Gesundheit und Ganzheit bisher Behinderten, werden einfach transformiert. Hierzu zählen traumatische Erfahrungen, Schuldgefühle, erbliche Belastungen, Familienthemen, vorgeburtliche Programmierungen, Fremdenergien und vieles mehr. An ihre Stelle treten längst verloren geglaubte oder nie erlebte Gefühle wie Urvertrauen, bedingungslose Liebe und ein neues Selbstbewusstsein. Die Basis für ein erfülltes, gesundes, herzbasiertes Leben. Überraschend einfach und direkt, voller Tiefe und Wahrhaftigkeit bringt Teki dich wieder in den Kontakt mit deinem wahren Kern. Immer unter Berücksichtigung der natürlichen kosmischen Gesetze und Rhythmen wird so Freiheit auf allen Ebenen Körper, Seele und Geist möglich. Begib dich in diesen Entwicklungsprozess, mit dem du dich selbst und deine Realität bewusst neu erschaffen kannst. Man muss dazu sagen, Teki, also dieses Programm quasi, das Sandra Weber entwickelt hat, heißt Teki und deswegen heißt auch das Buch Teki, entwickle dich. Soviel einmal zum Klappentext. Vielleicht mal vorausgeschickt, ich persönlich finde das sehr gut, weil natürlich gibt es tausende Möglichkeiten, mit diesen Themen, die du gerade besprochen hast, auch in Berührung zu kommen. Aber was wichtig ist, gerade für Neueinsteiger oder die das erste Mal davon gehört haben, was, ich habe ein höheres Selbst und wenn ja, wie viele, was kann ich jetzt damit anfangen? Ist es ganz gut, dass man einen Fahrplan hat, dass man eine strukturierte Möglichkeit hat, wo stehe ich, was brauche ich, weil wir kommen ja gar nicht drumherum ein holistisches Weltbild, also das, was wir eigentlich in der Schule gelernt haben, mal zu erweitern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist es schon gut, wirklich eine möglichst einfache Struktur, einfach einen Fahrplan zu haben, zu sagen, ah, okay, da stehe ich, da will ich hin und kann mittels einfach dieser Möglichkeiten mit Teki dann auch genau Schritt für Schritt mich auf den Weg machen. Und viele dieser Themen, die sonst so durcheinandergewürfelt kommen, einfach strukturiert aufarbeiten. Gerade Ahnenthemen oder alte Traumatas, das ist ja nicht ohne. Wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, das hat ja auch was mit körperlichen Reaktionen zu tun, da kann, da passiert viel. Also es ist wirklich so, wie der Name schon sagt, da entwickelt sich auch was und das muss nicht immer schön sein. Und da ist es halt echt wichtig, dass du auch jemanden hast, der dich da begleitet, was die Sandra wunderbar macht und wenn möglich sogar eben in Buchform eine Struktur eben, wie ein Inhaltsverzeichnis. Du schlägst quasi dein eigenes Buch auf. Genau, es ist ja nicht nur quasi ein Entwickeln, sondern ein Auswickeln. Man wickelt sich selbst aus praktisch aus diesen Traumen, aus diesen Problemen, die man von früher hat und ist dann praktisch, wenn man ausgewickelt ist, wieder eine freie Person oder ein freies Bewusstsein. So kann man es vielleicht auch sagen. Ja, vor allen Dingen auch Mensch wieder. Darum geht es ja letzten Endes, die Essenz wieder im wahrsten Sinne des Wortes zu entwickeln. Ich hatte mal in einer anderen Sendung gesagt, wir glauben mal alle, wir sind technisch hochentwickelt. Das mag vielleicht sein, aber wir sind es rein auf der seelischen Basis oder mit unserem Bewusstsein sind wir es nicht. Das sieht man auch, wenn man durch die Weltgeschichte läuft und das hat jetzt gar nichts nur mit dem Thema, was uns die letzten zwei Jahre hier begleitet zu tun, sondern generell ein entwickeltes Bewusstsein würde niemals die Grundlage zerstören, auf der er selber lebt. Das macht übrigens kein Tier. Kein Tier zerstört seine Mitwelt, die es braucht, auf die es angewiesen ist. Auch Mord und Totschlag auf gut Deutsch gibt es nur unter eben nicht sehr zivilisierten Menschen. Und da sieht man eben, wie weit wir ja eigentlich von dem Ideal weg sind. Und es betrifft viele und da muss ich auch sagen, auch schon Eingeweihte oder auch schon Kenner der Materie schadet es überhaupt nicht, sich mal damit zu befassen, weil eben, wie gesagt, so ein gewisser Fahrplan einem auch zeigt, da kann ich vielleicht nochmal ran an das Thema. Oh, da kommt nochmal was hoch, da ist was verschüttet. Und gerade, wir haben es ja auch auf dem Zettel stehen, Traumen und Programmierungen, da kannst du ja selber ein Lied von singen. Du hast viele Bücher in eurem Verlag, die sich ja mit diesem Thema beschäftigen, wie sehr wir indoktriniert sind. Genau, und auch der Kramer mit Mindwalking hat ja da auch einiges dazu beigetragen, dass sich die Leute mitentwickeln, dass die Leute diese Sache verarbeiten. Und TK ist eben auch ein entsprechender guter Weg dafür. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz interessant. Übrigens hat ja die Sandra Weber da auch eine Akademie, die in Überlingen beheimatet ist, am Bodensee, wo man auch Seminare machen kann. Also da kann jeder sich mal informieren darüber. Du warst ja schon mal dort oder öfter schon dort. Ja, wir waren schon ein paar Mal da. Wir haben jetzt selber kein Seminar in dem Sinne besucht, aber ich habe natürlich die Seminarräume sehen können. Ich habe ein Bild machen können, wie gearbeitet wird. Und Sandra hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie über Teki spricht. Und dort spricht sie auch mit Menschen, die ihre Erfahrungen mit Teki teilen. Was ich hervorragend finde, weil man sich dann ein Bild machen kann. Das ist auch einer der Gründe, warum wir zusammenarbeiten. Einfach aus dem Grund, weil es einfach ist. Wir besprechen ja bei uns auf dem Kanal sehr häufig sehr komplexe Themen. Und tauchen auch sehr tief auch schon in spirituelle, esoterische Themen ein. Und das muss man einfach sagen, da holst du auch nicht jeden mit ab. Das ist einfach so. Und für uns war es aber wichtig, eben halt auch eine sanfte, einfache Möglichkeit zu haben, sich überhaupt mal mit Holistik auseinanderzusetzen. Was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich Körper, Seele, Geist bin? Weil wir die allermeiste Zeit ja in unserem Leben nur beigebracht haben. Ich habe das Stück Fleisch hier, das bin ich. Was ja gar nicht stimmt. Danach kommt nichts mehr. Okay, unseren Verstand haben wir noch. Aber wie das alles zusammenhängt, dass unser Verstand wirklich programmiert werden kann und das häufig eben nicht zum Guten. Dass es übergeordnete Strukturen gibt, die uns aber unterstützen können. Dass wir sowas wie einen Seelenweg haben, den wir gehen können. Das ist eine Einladung, ein Angebot. Wir müssen das natürlich nicht. Aber es schadet natürlich auch nicht. Viele Menschen sind ja auch sehr unzufrieden mit gewissen Dingen. Es gibt so Menschen, die das berichten dann häufig. Immer ich. Immer ich. Mich trifft es immer mit allem. Also wenn einer was abbekommt, ich brauche mich gar nicht melden. Ich bin auf jeden Fall dabei. Und das sind auch so Themen, die ja oft mit Programmierungen, falschen Glaubenssätzen zu tun haben. Es gibt noch andere Ebenen, die da verantwortlich sein können. Aber das sind entscheidende Punkte. Und wenn du dich jetzt über Zuschauer entdeckt hast und gemerkt hast, huch, ich gehöre auch zu dieser Gattung. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Aber es schadet nicht, sich immer hinzugucken, sich einen erfahrenen Coach zu nehmen, der einfach da ein bisschen genauer beleuchtet. Und man eine Lampe reinhält in den dunklen Keller. Schau mal da und da und da. Und dass diese Programmierungen verschwinden. Wir haben Schuldkomplexe. Viele haben ein Riesenthema mit Geld. Entweder haben sie zu viel und können damit aber nicht umgehen, verlieren es immer wieder. Einige kommen nie irgendwie auf den grünen Zweig. Es hat auch viel nicht nur mit Schuldkomplex zu tun, sondern auch mit dem Thema, dass wir, wie heißt es so schön, der Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter. Das ist mir heilig, der ist wichtig und deswegen lieber lehne ich das Geld ab und so weiter. Also es gibt viele Themen, die eigentlich im Alltag uns berühren. Ohne, dass wir jetzt den ganz großen Bogen spannen, was durchaus mit Heki aber auch möglich ist. Aber da ist vielleicht so eine grundsätzliche Ausbildung oder sich ein Beschäftigen damit durchaus sinnvoll. Es wird halt auch sehr viel das Chakrenarbeit hier mit hineingenommen. Also es ist sehr gut aufgebaut. Es wird genau erklärt auch mit den verschiedenen Chakren, welche für was zuständig sind. Wir haben extra dann auch im Buch hinten noch einen Farbteil drin, wo wir eben die Chakren eben noch in Farbe schön darstellen, weil es eben ein wichtiges Thema auch für dieses Buch ist. Und ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist für denjenigen, der sagt, das Buch würde mich interessieren. Es gibt also dazu inklusive 61 Minuten Meditationen als MP3. Und zwar gibt es im Buch vorne drin ein Passwort. Mit diesem Passwort kann man sich praktisch auf der Seite von Sandra Weber, von der Theki-Seite eben einloggen und kann also diese 61 Minuten Meditationen dort sich quasi streamen. Finde ich zum Beispiel auch eine gute Idee, weil viele, die sich ja anfangen, mit diesen Themen zu befassen, oft das gar nicht kennen, was das bedeutet, in die eigene Ruhe zu gehen, in die eigene Mitte zu kommen. Etwas, was wir ja ständig auch hören. Viele haben schon auch mit Meditation immer gehört, naja, gibt es irgendwie sowas. Aber mal eine grundsätzlich simple Anleitung zu bekommen, mal die ersten Erfahrungen damit zu machen. Was heißt denn das überhaupt? Was passiert denn da? Ein Körperbewusstsein auch zu entwickeln, was das heißt, wenn der Körper in seiner Ruhe ist. Das fühle ich ja auch, wie ich Abstand nehmen kann von Äußerlichkeiten, von äußeren Themen, weil ich nach innen fokussiert bin, was übrigens für die Neueinsteiger nichts anderes bedeutet als Esoterik. Nach innen gerichtet. Und wie es der Buddha schon sagt, alle Lösungen sind im Innen, nicht im Außen. Du wirst nie etwas, was du im Innen nicht besitzt, wirst du im Außen niemals finden. Und da hören wir ja schon raus, viele Menschen haben Wünsche, viele Menschen wollen ein besseres Leben, viele Menschen wollen auch eine bessere Gesellschaft, einen besseren Umgang miteinander und so weiter. Die Grundvoraussetzung dafür liegt aber in uns selber. Und das Beste, was wir in den heutigen Zeiten machen können, ist den inneren Weg wieder zu gehen. Und dafür ist Tiki hervorragend geeignet. Das ist eben das Abschließende bei Tiki, die positive Programmierung. Das heißt, man erkennt die Probleme, man löst irgendwelche führenden Probleme auf, Traumen auf. Aber danach beginnt es sich selbst, oder kann man sich selbst positiv programmieren. Und das ist sehr wichtig. Ich gucke mal ganz kurz. Es ist nämlich schon, glaube ich, über ein Jahr her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, genau, dass auch tatsächlich auch, das ist ja die Hilfeleistung, warum das Buch wichtig ist oder sinnvoll ist. Ich habe oft Probleme gehört von Menschen, die sagen, ja, aber wie, wie soll ich mich denn programmieren? Was wären denn gute Glaubenssätze? Wie formuliere ich eine Affirmation? Was ist das überhaupt? Und all diese Themen werden auch im Buch besprochen, sodass ich, wenn ich das durcharbeite und wie immer gilt, das finde ich hervorragend, auch bei Sandra muss man das klipp und klar sagen, es sind wenige hundert Seiten. Wir haben hier nicht mal 300 Seiten. Und sie hat es geschafft, all diese Themen von A bis Z zu integrieren in das Buch, Ansätze oder Lösungsansätze zu liefern. Also es ist jetzt nicht nur einfach ein Buch von einem Coach, was man liest und danach in die Ecke stellt, sondern es ist eigentlich ein Arbeitsbuch. Ich kann von Kapitel zu Kapitel gucken. Und das, wie gesagt, fand ich ja, wie auch einleitend gesagt, ich habe einen Fahrplan. Und das, Entwicklung funktioniert aus meiner Perspektive immer dann am besten, wenn ich mich selber überprüfen kann, mir selber Feedback geben kann, wenn ich niemanden anderes habe, wo stehe ich gerade, wo habe ich eine Baustelle, wo möchte ich was machen? Und dann immer in dem Tempo, wie es einem selber auch angenehm ist, dass das auch letzten Endes eine einfache und nicht immer angenehm eine Sache, weil es ist immer so, wenn man sich mit seinen dunklen Flecken beschäftigt, das muss nicht immer schön sein. Aber es geht ja voran. Und dafür ist das entscheidend. Und dafür ist es für jeden eigentlich wirklich zu empfehlen, als Einstieg und als Weiterführung der eigenen Entwicklung. Ja, ich gucke jetzt gerade noch mal rein, was wir vielleicht noch mit reinbringen können. Aber das ist das Schöne und das Einfache auch, gerade bei Tiki. Es gibt eigentlich nicht allzu viel darüber, in dem Sinne zu berichten, weil das ist eine praktische Anwendung. Es nützt nichts darüber zu philosophieren, sondern es bringt nur dann was, wenn du es anwendest. Aber ich möchte noch ein paar, zumindest lassen Sie mich mal Hinweise geben. Also da hat es die Chakren schon mal angesprochen. Das ist natürlich wichtig. Wie mache ich da eine Grundreinigung? Was machen Chakren überhaupt? Was kann ich damit anfangen, wenn die plötzlich anfangen, wieder Energie zu produzieren, so wie sie sein sollen? Was ich auch gut drin finde, ist das ganze Thema Lebenskraft, Überzeugungen, Quantenfelder. Ja, das habe ich schon mal gehört, aber was ist das eigentlich genau? Auch hier gibt es wirklich gute Aufwärmübungen, um sich mal mit dem Thema Quantenphysik auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, wow, in der Quantenphysik gibt es Phänomene, die wir heute nicht erklären können. Aber wenn ich die Grundlage verstehe, dann begreife ich, dass Wunder möglich sind. Was mich dann zu einem wunderbaren Punkt bringt, weil wenn ich die Sendung mit Sandra immer gemacht habe, hat sie hinter, ich glaube, über ihren Kamin einen wunderbaren Satz stehen. Nur wer an Wunder glaubt, wird sie auch erleben. Ein wichtiger Punkt, der Glaube eben auch an gewisse Dinge. Wirbelsäulenausrichtung. Oder sowas, sei realistisch, erwarte ein Wunder. Sowas, sowas, sowas. Das steht da, genau. Stimmt, danke für den Hinweis. Da siehst du, da sieht man, dass die letzte Sendung schon ein bisschen her ist. Aber genau, sei realist und erwarte ein Wunder. Und genau das ist es auch. Ganz tolles Thema. Der körperliche Aspekt, wir sind schon mal kurz darauf eingegangen, wie wichtig das eigentlich ist. Wir kennen es aus dem Buddhismus. Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und umgedreht. Es nützt also gar nichts, nur das Selbst, das höhere Selbst und den Geist und Intuition zu schärfen, wenn der Körper dabei völlig brach liegt und sich von Massenfraß ernährt. Ja, ist sicherlich auch nicht so ratsam. Natur wird mit angesprochen. Ja, und gewisse Grundtechniken und Grundregeln. Finde ich echt gut. Wie gesagt, gibt es nicht ohne Grund auch, dass wir gesagt haben, wir wollen da ein bisschen mehr machen mit ihr. Weil sie die Menschen schon auf einen guten Weg bringt. Und auch die Rückmeldungen von den Menschen, die sich damit befasst haben, ist echt gut. Und es gibt tausende, das wissen wir ja selber, es gibt tausende von Coaches da draußen. Aber hier geht es auch um eine gewisse Vertrauenssache. Und das ist eben halt auch wichtig, dass man sich den Richtigen aussucht. Möge jeder eingeladen sein, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wirklich eine gute Abhandlung, eine gute Grundtenor kriegt man auf jeden Fall mit. Wenn man das Buch gelesen hat. Also wir erleben es auch immer wieder, dass Leute, die das Buch gelesen haben, das wieder anderen empfehlen. Und dann wieder die auf Empfehlung dann auf das Buch zukommen. Also ja, ein sehr schönes Buch. Es ist schon wirklich so, wir haben ja sehr viele Menschen, das wirst du ja auch bestätigen können, aufgrund der Verkaufszahlen. Es sind ja wirklich viele, die im Augenblick das erste Mal sich mit diesen Themen befassen. Viele wachen jetzt auf. Ja, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, aber es ist schon so. Viele stellen fest, es gibt deutlich mehr als nur bis zum Tellerrand. Und merken, okay, das hat irgendwas mit Bewusstsein zu tun. Man hat dann schon mal, wie gesagt, von fernöstlicher Mystik hat man auch schon mal was gehört. Aber diese Themen irgendwie am Anfang zusammenzubringen, auch bei der schieren Flut an Informationen aus dem Internet, das ist nicht immer einfach. Und da draußen sind ja auch viele Fettnäpfchen, spirituelle Fettnäpfchen. Gefühlt 100 bin ich selber mal gegangen, deswegen weiß ich, dass sie da sind. Aber wer eine gute Abkürzung haben möchte durchs Labyrinth, und es ist ein Labyrinth, aber wer da so ein bisschen eine Anleitung haben möchte, dem ist das wirklich zu empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, einfach grundsätzlich gut strukturierte Möglichkeit, diese Themen zu haben. Und es sind viele, die neu sind in diesem Bereich, und genau für die ist es auch wirklich ideal. Also, haben wir noch ein Thema, ne? Ich glaube, dann haben wir die wichtigsten Sachen drin, ne? Ja, ich lese jetzt auch mal den letzten Text. Begib dich in diese Entwicklungsphase mit diesem Prozess, mit dem du dich wieder selbst und deine Realität bewusst neu erschaffen kannst. Liebe Zuschauer, genau das wünsche ich euch mit Teki. Damit geht's los. Eine wunderbare Grundlage. Herzlichen Dank für's Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.